V36123 im Wiesenthal in der Fränkischen Schweiz. Unterwegs ist sie zwischen Behringersmühle und Ebermannstadt. Heute eine Museumsbahn. Es ist ein Zug der Dampfbahn Fränkische Schweiz. V36123 gehört zum Museumsbestand der DFS. Die Zahl der betriebsfähigen V36 ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Von der kleineren Schwesterlok der Baureihe V20 ist im Jahr 2013 sogar keine mehr in Betrieb. Ortswechsel zum Bahnhof Bad Nauheim Nord, Ausgangspunkt der Museumsbahn nach Münzenberg. Es ist ein Teilstück der Blutzbach-Licher Eisenbahn, regelmäßig befahren von den Eisenbahnfreunden Wetterauer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die großen kantigen Dieselloks mit ihrem langen Motorvorbau verkörpern neben ihrer bewegten Geschichte etwas Besonderes. Ihre Konstruktion zählt zu den Urmüttern des modernen Diesellokbaus. Die technischen Daten reißen heute niemanden mehr vom Hocker. 360 PS Leistung werden aus einem Sechszylinder-Reihenmotor per Blindwelle und Stangen auf drei Achsen übertragen. Gerade mal knapp 140 Kilo Newton werden an den Haken gebracht. Für den schweren Rangierbetrieb zu wenig und als Streckenlog nur für leichte Aufgaben geeignet. Von den Fahrgästen eher wenig beachtet, In der Stadt tuckern heute die letzten betriebsfähigen Vertreterinnen dieser Bauart auf Museumsbahnen vor alten Zügen. Wie hier in der Wetterau. 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 Wie hier in der Wetterau.